Papapam papam papapam papam bam Jetzt gehts ab! Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK Ja, es geht die Sonne auf Erstmal danke für die Kommentare die ihr geschrieben habt an die Fröschen das sind mir darauf hingewiesen, was ich mit den Beinen tun soll Ich hab die schon auf den letzten slot gelegt dass ihr seht, falls wir uns mal darauf irgendetwas unterkomme das wir zähmen können ein zähmen war als mir irgend So ein Viech glaube ich. Oder ich bin mir noch nicht sicher. So, Materialtour habe ich gerade gemacht, habe ein bisschen Zeige euch gehört. Ja, die ganze Nacht und habe so einen weißen Loot aufgekommen da dritten, so einen weißen Potty. Da dritten war auch noch einer. Da ganz hinten sieht man auch noch ganz schwachen Schimmern. Da hat noch grüne, so ein grüner Turm. Ich schätze mal, das sind die Dungeons. Da war auch was weiß. Mal schauen. Ich glaube, dass wir uns heute mal auf dem Weg malen sollen. So einen Loot-Pot gemeinsam zu malen. Jetzt muss ich schnell mal Material abliefern. Da oben, dass wir wieder leer sind. Übrigens, wir spielen auf Einstellungen episch. Die Videos kommen in 4K und 60 FPS. Läuft einbauen Freitagspiel. Kein Ruckler, kein nichts. Bin ja gefragt, wann ich was für ein System ich spiele. Also ich spiele mit einem AMD 7950 X3D Prozessor. Geforce 4090 mit 24 GB Speicher und 64 GB Arbeitsspeicher. Mein neuer Rechner, da steht jeder das. Nein, ich halte Detail auf einem MSI Board und nur ein paar so Spielereien drinnen. Also ist schon ein geiles Gerät. So, jetzt sammeln wir mal da die Bären. Bären Schrank. Was habe ich da noch? Da habe ich so ein Krabbeltier erwischt. Schwarz, schwarze Perlen. Siliziumperlen. Öl. Kettin. Okay. Okay, okay. Was meine ich das gekriegt? So, ich habe da noch ein paar Kissen gebaut, um die Rohstoffe besser zu trennen. Also ihr seht, ich wollte da noch was bauen. Lass einmal runter. So, da kann man das ausräumen. Aber das kann ich wegräumen. So, dann hat man diese. Und das tue ich da rein. Weil ich nicht weiß, was ich damit tue momentan. So, ich wollte ja noch ein Aumilie. Wir brauchen unbedingt ein Lösser. Auf jeden Fall. Und wir brauchen ganz Trainingspuppe, brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Schmelzofer. Also nicht, brauchen wir noch so einen Brunnen. Dann brauchen wir Zement. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Schmelzofer. Ich gehe jetzt einfach mal davor aus. Einen Sattel brauchen wir noch nicht. Also ich bin natürlich durch das ganze Samen jetzt in der Nacht aufgestiegen wie Schwein. Dann bin ich jetzt Level. Keine Ahnung. Ich glaube, 64 oder 65. Steht denn das da? 65. Oh, in den Lieninseln. Gut. So, ja, jetzt gehen wir gleich auf die Indepunkte hin. Gehen wir mal auf den Nachkampfschaden. Dann können wir da wieder forschen. Also ich habe über den ganzen Haufen geforscht, aber noch nichts von dem Auto. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, ob wir da neue kommen. Ein Fall Kugel. Keine Ahnung, Kugel. Zielfernrohr. Linte. Ein Fall Gewehrmunition. Also geben dazu da einen ganzen Haufen. Display Case. Strukturen. Ein Small Display Case. So. Okay. So, machen wir da die Punkte ausgeben. Aber wir wollten ja, das ist schon fertig. Der Mörser ist fertig. Und der Schmelzofen ist fertig. Gut. Nein. Schaut die Kugel aus. Wer der positioniert sich selbst, dann soll er doch da in der Ecke bleiben. Sehr schön. Und der Mörser. Ich kann jetzt die positionieren. Und eine freie Positionierung. Okay. Musst du mal da neben den Ofen. So. Was können wir denn da machen? Wahrscheinlich einmal ein Brennmaterial rein. Holz. Ich weiß nicht, läuft der mit Kohle. Da benötige ich Salz, Stroh oder Zündpulver für den Betrieb. So. Da gehen wir doch einmal 100 Holz rein. Jetzt, wenn ich da Steiner rein tue. Steiner geht. Hier wird dann Zement hergestellt. Da sind wir da rein. Wo haben wir doch so Eisenglappen. Da können wir rumlegen. Da sind 27 Eisenglappen. Okay. Nein. Das heißt, dass wir sie mal in Tauch machen. Das können wir auch nicht rein tun. Das können wir auch nicht rein tun. Leder. Leder können wir auch nicht rein tun. Aber was wird dann da draus? Hm. Jetzt soll ich nur noch einmal Sprit. Naja. Da soll jetzt einmal das Eisneisch melden. Okay. So. Da können wir jetzt herstellen Zündpulver. Zement. Und da können wir Zündpulver. Chitin und Stein. Und Schießpulver. Gut. Da haben wir Chitin gefunden haben. Dann stellen wir gleich mal Zement her. Dann können wir so Wasserbronnen herstellen. Dann steht da das Verhältnis dabei. Jetzt mein 4 zu 8. 4 zu 8. Das ist doppelt. Ich brauche 80. Eine. Brauche. 2. 9. 1. So. 1. 2. 3. 4. 3. Und dann. 7. Das ist deinig. 1. 1. 2. 3. 3. 2. 2. läuft. Wir hauen uns einmal eine Schnitzel rein. Wir nehmen uns einfach mal eine Schnitzel mit. Da nehmen wir uns ein bisschen was mit, außer den Leder. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gehen wir davon aus, wo das andere Klima braucht zum Reparieren von so einem Werkzeug. Ja, aber fleißig. Ja, ja. Roh. Schaut das Gewicht eigentlich aus. Wir sind fast leer. Gut, dann soll das einmal herstellen. Und wir suchen uns einmal irgendeinen Drop. So machen wir das jetzt. Weil ich habe drei Ski, drei Sperre. Einen habe ich dabei. Gut. Jetzt ist es natürlich nebelig wie Sau. Jetzt zeige ich die Drops nicht mehr. Da hinten ist einer. Soll ich da hinlaufen schon. Der andere war direkt auf der anderen Seite. Das ist ja gegangen. Naja, hilft ja nichts, gell. Dann müssen wir uns einmal weiter fortbewegen. So ist es. Wo ist es? Die Frage ist, ob ich mitten durchgedrückt in den Dschungel oder eher außen an der Küste entlang, wo ich es wohl gefährlicher. Hm. Ich kann mir die Sonne jetzt nicht so blenden. Da hinten war ein grüner Drop. Na, kann man mal dahin. Hallo Dodo. Wenn man einigermaßen abschätzen kann, wie weit das ist. Kann man so ein Schildi zähmen? Hm. Nein. Oho. Was war das? Ich laufe einfach weiter. Ich ignore die Geräusche hinter mir. Ja, wenn ihr mich und den Kanal und natürlich uns aus Kof unterstützen wollt, lasst gerne einen Kommentar und einen Like da. Und auch schöner wäre natürlich ein Abo. Das würde uns sehr freuen. Ich sage schon generell schonmal Danke für die Unterstützung. Auf Ankara-Seiten, es gibt ein recht guter Spiel. Das freut mich. Ich bin auch gern offen für Tipps und Tricks. Braucht es nicht hinterm Berg halten. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel. Ich habe das vorher noch nicht gespielt. Ich habe bloß einmal angetestet und das war noch der nicht schöne Teil. Es hat Piranhas. Oh, da gibt es Piranhas. Oh, da gibt es Piranhas. Oh, da gibt es Piranhas. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Alter. Die haben uns doch gedacht, der hat schon sehr aggressiv ausgeschaut, dieses Fischchen. Verfolge mal. Geht nur ein. So war Ruh da. Es gibt kein Stückel vom Hektar. Nicht aus dem Wasser. Ich glaube, wir müssen unser Floß bauen. Habe ich auch schon gesehen. Oh, Tritzerratops. Was du da Tritzerratops bist? Bist du aggressiv? Was ist das? Das ist ein Biber. diesen bieberdump zement der zement her warum hat der bieber zement nein komm es dann nicht so früh auf jeden fall mit danke herr bieber das ist Entschuldigung, wer bist du so? Ja, du? Jetzt zeig ich den Top halt von da aus nicht mehr. Das ist ja fix. Ich möchte da nicht so durchs Wasser. Seitdem ich weiß, dass da Piranha sind. Hier ist es heiß. Dann passt es aber immer im Wasser sein. Oh, ist ja schuldig zähmen. Aber ich brauche ja bestimmt ein Sattel, oder? Da ist er. Ich siegne, ich siegne. Biberbau. Das muss man merken, wenn wir das sehen. Der Biber will wahrscheinlich ein neuer Zementdamm bauen. Also einen Dom-Damm. Der da so viel Zementbunker da. Die Türgeräusche machen wir noch fertig da. So, soll ich da straight drauf zulaufen oder doch lieber außen rum? Das ist eine Frage. Wir sind jetzt da. Nein. Was soll schon passieren? Wie ist das? Also du bist bloß so ein Vogel. Du hast mir ja nix. Oh. Bisher geht's was der da zum Essen mit. Das ist ein sehr komisches Geräusch. Oh, ist das ein sehr komisches Geräusch. Was ist das? Explorer Notes. Ah, Rapprushin was verzeiht. Okay, jetzt sind also diese Notizen sehr schön gemacht, frisch. Wo kann man die irgendwo versetzen? Ah, Untertitel. Ich habe mich entschieden, einen kurzen Urlaub vom Labor zu nehmen. Ich sagte zwar, ich hätte, aber das Ganze war die Idee meiner Assistentin Isabel. Hier ist aufgefallen, dass ich zuletzt sehr aufgebracht war, und deshalb soll ich mir doch ein wenig Zeit für mich selbst nehmen, bevor ich mich auf das nächste Experiment stürze. So eine aufmerksame junge Dame, diese Isabel. Als Chemikerin fehlt ihr etwas, dass sie versteht meine Laune manchmal besser als ich selbst. Aber sie versteht meine Laune besser als ich könnte mir denken, dass mir ein guter Abenteuer guttun wird. Es gibt nichts besseres als eine spürbare Erholung, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe eine hervorragende Idee und kenne auch schon den richtigen Ort dafür. Ich werde die Mobilisken erkunden. Okay. Rockwell-Aufzeichnung Nummer 12. Dann gibt es ja hier so einen tollen Foto-Modus. Gut. Dann... Ja, war schön, Knopf. Jetzt können wir weg. Und machen wir da ein Bild. Da. Roten Modus. Umschalten. Gut. Ist das auf der Map gekennzeichnend? Natürlich nicht. So jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo der Drop war. Ich glaube irgendwo da drüben. Aber es ist toll, dass das da ein Geräusch quasi kundgetan wird, dass da irgendwas in der Nähe ist. So viel Doros. Was bist du? Zähl mich Moya-Bär. Nein, da steht das dabei. Und es hat ein Bibi. Nein, dann zähl mich die nicht. Dann darf es bei deinem Bibi bleiben. So, wo ist jetzt der grüne Strahl hier? Ist der weg, oder? Ich muss schauen, dass die Drops nicht... Wow. Ewig rumliegen. Hm. Ich hab da... Ich hab da nicht gescheit krachseln können. Das nervt mich schon ein bisschen. Also klettern. Das ist der Drop weg. Verdammte Naht. Und da hat keiner in der Nähe jetzt, gell? Oh, man muss sonst doch herklatscht. Naja, nicht, warum man sonst mehr haben. Ich hab die Hölle gefunden. Wir machen das jetzt, dass wir da sinnvoll irgendwo rumkommen. Und gehen einen Moment in die Richtung. Nein, da ist echt weg. Wir sehen da nicht mehr. Am Himmel sieht man auch nichts. Da. In diese Richtung. Ein Weiß zum Sein. Dann gehen wir in die Richtung. Ich weiß nicht, wie lange die Drops liegen bleiben. Also das lohnt, wenn man einen sekt, dass man da gleich neu läuft. Da muss ich aufpassen, glaube ich. Da geht's runter. Ja. Da müssen wir lang. Das ist bestimmt eine gute Idee, da durch das Unterholz zum rennen. Jetzt will ich hinter mir sehen, die Geräusche her. Oh, jetzt kann ich mich da nicht aufhören. Da hätte doch schon wieder was. Wenn du Angst hast. Du bist in die Richtung. Was macht denn die? Du bist in die Richtung. Ich mag das nicht aufhören. Was tut das denn? Ich hab euch gewonnen. Ich hab mich nicht gewonnen. Ich hab mich leider genug in die Richtung. Ich hab dich meist hier. Ich hab was jetzt davor. Jetzt weangen mich darüber in die Richtung los. jetzt wieder lauter gesundheit und aus der jetzt hier fast ein großes b satteln die team hose entgegen team panzer und nachwachsdünger granade granate metall schild die team panzer haben wir sind ja so viel zu haben aber da sind eigentlich niederloh unterwegs oder mir das juristisch wird der juristisch park bekommt den oberen niederloh unterwegs an august dass er die Reparatur ist, wie ich zeigte, weil ich zeigte oder bloß Lidl und Fleisch gehen ist ein Longholz wird es louder das geräusch warum ich nicht wie ich es gemacht habe aber ich bin oben überblick verschaffen wer wo warum er weg von mir ja ja jetzt mal mehr raubt ihr zähmen oder das was uns unterstützte jetzt kann ich das wieder nicht umbringen ja dann bleibst du das sieht ja schon geil aus oder dann lösen sie die auf und weg ist er ich weiß jetzt wieder in die richtung haben wir ein grafikverlager immer sagen ich habe nichts an die server einstellungen verändert das ist original weil wir die zum zähmen wieder netto wo hängt denn die band drin warum braucht man immer darauf reiten ja zähmen oder so über sechs oder ein proktosaurus eigentlich weiterschauen in die richtung genau erforschen wie du das nehmen wir einfach mal platto jetzt erst einmal aufsteigen nachkommen schaden verbessern absolut falsche weg wie das gilt aber mit allwassern so ein sondern nicht die kollege weil sie die k.o schlung problem dass du selbst immer reinkommen ist ob du saurus wenn sie über den kleinen fressern starten auch wieder sehr dicht die vegetation hier weiter blöd stellt dann irgendwann so ein t-rex vor der nosen 1 haben wir ganz oben okay wenn man freiesicht werden kann man schauen haben wir leider nicht okay mit der zung für die folge haben wir das rezept gefunden und container blündert ich habe mir irgendwo was erstellen wo ich bisher sieben dann sehen sie nächsten fall wieder also like und kommentar wunderbar und wir sehen uns im nächsten fall wieder bis dann sehr was